Das Kaschupische ist eine westslawische Sprache, die in der Gegend westlich und südlich von Danzig nach Schätzungen von etwa 300.000 Kaschuben verstanden und von annähernd 108.000 Menschen aktiv als Umgangssprache gesprochen wird. Das Kaschupische ist eine gefährdete Sprache. Klassifikation Am nächsten Verwandt ist das Kaschupische mit dem ausgestorbenen Slowinzischen Kaschubisch und Slowinzisch bilden mit den ebenfalls ausgestorbenen Sprachen Pomoranisch und Polavisch die Gruppe der ELB Ostseeslawischen Sprachen, die zusammen mit dem Polnischen die Lächische Untergruppe des Westslawischen bilden Slowakisch, Ostslawisch, Südslawisch. Vergleich mit dem Polnischen Mit dem Polnischen hat Kaschubisch einen Großteil des Erbwortschatzes gemeinsam, später ist es in Grammatik, Wortbildung und Wortschatz stark vom Polnischen beeinflusst worden. Die wichtigsten Unterschiede zum Polnischen sind Substratelemente aus dem Altpreußischen. Ein größerer Anteil an niederdeutschen und hochdeutschen Lehnwörtern, Vokalausfälle in unbetonten Silben sowie andere Betonungsregeln. Im Süden betont das Kaschupische auf der ersten Silbe, im Norden ist die Betonung beweglich. Ebenso kennzeichnend für das Kaschupische ist, dass es die Liquida-Metathese teilweise nicht durchgemacht hat. So steht dem russischen Gorod, dem polnischen Grot und dem serbischen Grat das Kaschupische Wort Grat für befestigte Siedlung bzw. Stadt gegenüber, die dem rekonstruierten urslawischen Vorläufersternchen Gott entspricht. Sprachgeschichte Seit dem 15. Jahrhundert wird Kaschubisch geschrieben, in Late-in-Schrift und nach dem Vorbild der polnischen Orthographie. Allerdings konnte sich nie eine einheitliche Schriftsprache herausbilden, die Schriftsteller schreiben bis heute in ihren jeweiligen Dialekten. Der wichtigste kaschupische Schriftsteller war im 19. Jahrhundert Florian Janova, der die bis dahin für die geschriebene Sprache typische polnische Überformung stark reduziert hat. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel der größte Teil des Siedlungsgebiets der Kaschuben an den neu entstandenen polnischen Staat. Westliche Teile fielen an das Deutsche Reich und ein östlicher Streifen an die freie Stadt Danzig. Aus polnischer Sicht wurde Kaschubisch lange Zeit als ein Dialekt des Polnischen angesehen. Als Argumente dafür wurden einerseits die sprachliche Nähe angeführt, vor allem aber die Tatsache, dass sich die Kaschuben historisch immer zu den Slaven gezählt haben. Insbesondere in den nationalen Auseinandersetzungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Schließlich spielt auch eine Rolle, dass Kaschubisch bis heute mehr oder weniger wie ein Dialekt funktioniert, d. h. Es ist auf die mündliche Kommunikation und einige wenige Textsorten beschränkt. Die Sprache des öffentlichen Lebens ist auch in den Kaschubischen Gebieten nahezu ausschließlich das Polnische. Heute werden die Bestrebungen einer Gruppe von Kaschubischen Intellektuellen, das Kaschubische zu einer eigenen Standardsprache auszubauen. Nicht mehr behindert, sondern vom polnischen Staat geduldet und bis zu einem gewissen Grade auch gefördert. Kaschubisch wird an einigen wenigen Schulen unterrichtet. Es gibt Radio- und Fernsehsendungen auf Kaschubisch. Seit dem Jahr 2005 kann an einigen polnischen Schulen das Abitur in kaschubischer Sprache abgelegt werden. In vielen Dorfkirchen lesen die Priester die Messen bisweilen in der kaschubischen Sprache. Für die weitere Entwicklung wird entscheidend sein, ob sich die gemeinsame Orthographie, auf die man sich Anfang der 90er Jahre geeinigt hat, wirklich durchsetzt. Kaschubisch wurde in den folgenden fünf Gemeinden als Amtssprache eingeführt. Linia, Lucino, Pachowo, Sirakowice, Ukowo, Günther Grass beschreibt im Roman die Blechtrommel. Wie die Mutter und der Onkel des Protagonisten Oskar das Kaschubische quasi als eine Geheimsprache verwenden. Seit Frühjahr 2004 gibt es auch eine kaschubische Wikipedia. Alphabet, Aussprache, wie Nasales O, A wie Nasales A, C wie deutsches Z, CZ wie TSH, E zwischen E und I, E wie kurzes E. Heutzutage wird es ähnlich wie E ausgesprochen, aber auch wie ein Laut zwischen E und A. L wie das Englische W in Water, N wie G in Champagner, O wie LE, O wie U in Drone, aber kürzer, O je nach lokaler Tradition. Y, O, O, R, Z wie J in Journal, S, Z wie weiches SCH, U wie LU, Y wie das C, E in Ziehen, aber kürzer, Z wie S in Sonne, wie weiches J in Journal.